moin moin freunde vom ls22 möchte euch noch mal was zeigen was unser thunder wieder umgebaut hat die amazon z gts 1001 wir haben jetzt ein fassungsvermögen von 15.000 liter das besondere wir können unsere farben wieder ändern und noch eine kleinigkeit so kaufen wir können nämlich jetzt kalk auffüllen also wir können jetzt auch mit kai was konnten wir vorher nicht aber jetzt ich mache in meinem kurz voll und dann sehen wir uns gleich auf dem feld wieder so 42 meter breite menge einstellbar und das mit kalk funktioniert wunderbar link ist in der video beschreibung und damit wünschen wir euch viel spaß bis zum nächsten mal montau